hi und herzlich willkommen zu meinem nächsten video. ich versuche jetzt gar nicht mehr den wochentag zu verraten. ich bin jetzt voll raus und jetzt ziehe ich es durch. aber heute ist neujahr. heute ist wirklich schon der erste januar und die zeit vergeht. also für mich jetzt hier im videodreh geht es schnell, weil jetzt alles runter ist. aber wenn ich mal überlege, ihr müsst hier, bis ihr diese videos seht, vergeht noch voll viel zeit. das ist schon krass. ja, aber heute ist der erste januar und somit ist neues jahr. und so wie ich das jetzt einschätze, werde ich wahrscheinlich jetzt gerade in der zukunft, mein zukünftiges ich, wird wahrscheinlich jetzt gerade eine sprachblockade haben, eine laufblockade. ja, aber ist in ordnung. aber ich möchte euch ein wunderschönes neues jahr wünschen und dass euch alles, was dieses jahr euch einfällt und was ihr braucht und wollt, in erfüllung geht und dass alles gut läuft. und ja, ich wünsche euch einfach ein wunderschönes neues jahr. wir sehen uns dann wieder beim nächsten video. und ja, wahrscheinlich werdet ihr jetzt noch leuten gratulieren und irgendwelche solches zeug machen. ich weiß nicht, was man an neujahr macht, weil ich bin eigentlich jedes jahr flach gelegen. also für mich ist das irgendwie noch so voll das mysterium. ich wünsche euch jetzt auf jeden fall eine schöne zeit. wir sehen uns. bis bald. tschü! Bis zum nächsten Mal.